Hey Leute, das ist ganz Hüam, willkommen bei WTN-Unterhaltung. Einigung, Johnny Depp entgeht einem weiteren Gerichtsprozess. Kein neuer Prozess für Johnny Depp, 59. 2017 kam es zu einem Zwischenfall bei den Dreharbeiten zu dem Thriller City of Lies. Der Fluch der Karibik-Star soll sich damals mit einem Crewmitglied geprügelt haben. Aufgrund dessen ist der große Filmstart gestrichen worden. Zudem hätte in rund zwei Wochen der Gerichtsprozess in dem Fall begonnen. Doch nun haben sich beide Parteien außergerichtlich einigen können. Nachdem der Prozess sich durch die Gesundheitskrise ohnehin verzögert hat, soll es nach wochenlangen Verhandlungen jetzt zu einem Vergleich gekommen sein, wie Deadline berichtet. Dies habe die Anwältin des ehemaligen Location Managers Greg Rocky Brooks vor dem Los Angeles Superior Court in einem Schriftsatz erklärt. Die genauen Bedingungen des Deals sind jedoch nicht bekannt gegeben worden. Laut Hollywood Reporter hat Johnny die nicht näher genannten Bedingungen des Vergleichs bis Ende August zu erfüllen.